Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Sovereign of the Skies. Wir sind hier in, wie heißt das Dorf nochmal? Briesen City, glaube ich, oder? Ja, Briesen City. Hier gibt es scheinbar nicht mal ein Pokémon Center. Aber solche Bäume, die so komisch eingefärbt sind. Wir sehen uns jetzt hier mal um. Wenn ich einen Sonderbomben hätte, könnte ich es... Ja, wir haben einen Sonderbomben und wir können es auch gleich diesem Typen da geben. Wie eine schwarze Flöte. Ja, gut, tauscht es gegen eine schwarze Flöte ein. Minimiert die wilden Pokémon im wilden Gras. Okay, ja, warum nicht? Ich hab die Katschung. Ja, ist gut, geh weg. Wenn mir den Pokémon im Kampf gewalttätig... äh, gewalttätig den Geist geht, setze ich eine Attacke ein, die diesen Pokémon verschwinden lässt. Hier. Was? Was? Ah, das bestimmt Brüller, oder was? Ja. Okay, ja, ist in Ordnung. Und wer bist denn du? Ich hab gehört, dass hier eine Live-Übertragung stattfindet. Ja, das haben wir beim letzten Mal gesehen. Und was haben wir hier? In diesem Laden gibt es keine Top-Gelesung. Ja, blöde. Ja, ist mir egal, brauch ich nicht. Du kaufst nur das Beste und Teuerste für deine Pokémon. Und du hast vergessen, was du brauchst. Hi, ma'am. Gib mir doch bitte nochmal 10 Pokébälle. Und ein Premierball dazu. Dann hätte ich noch gerne ein paar Superbälle. Netzbälle kaufe ich auch mal noch. Fünf Stück. Einfach nur, damit ich welche habe, falls ich mal auf ein Wasser-Pokémon treffe. Elf Stück davon und... Ja, das reicht. Das reicht. Ja, ich habe in dieser Stadt keine Arena gesehen und kein Pokémon-Center und kein gar nichts. Das ist ein bisschen komisch. Jede Stadt hat eine Attraktion. Ich denke, das Pokémon-Krankenhaus ist unsere. Ich frage mich, warum die Reporter dich so ausgefragt haben. Ja, das frage ich mich auch. Ist eine Lampe vermutlich. Was ist das da oben? Ist das ein großer Rad? Ja. Wer bist du? Hallo, wer bist du? Ist es nicht toll, dass unsere Stadt durch das Krankenhaus auch im Fernsehen ist? Ja, mag schon sein. Oh, viele Leute. Du bist irgendwie komisch. Ich helfe gerne jungen Trainer aus, die keine Unterkunft haben. Ich war selber Trainer. Wir haben meistens keine Unterkunft gefunden. Ich möchte erst vermeiden, dass es anderen auch passiert. Gerne würde ich dich hier übernachten lassen. Jedoch ist die Wohnung zu voll. Hm, toll. Gibt mir irgendjemand was. Ja, Mama hat erlaubt, dass du da übernachten darfst. Das ist schön für dich. Gegen einen Ranger? Ja, habe ich bestimmt auch schon gekämpft. Und du wirst den Taurus fangen. Schön für dich. Ja, lebt deinen Traum und so, ne? Oh, Nachtara. Sehr schön. Ich habe lange überlegt, zu was sich mein Evoli entwickeln soll. Es war ja noch zu spät, als Evoli sich in der Nacht zu Nachtara entwickelte. Jedoch brauche ich es nicht. Ich liebe meinen Nachtara. Schön. Ich finde, dass Nachtara ein sehr freundliches und friedliches Pokémon ist. Flamara wäre mir zu heiß. Aquana würde die Wohnung nur immer nass machen. Blitzer würde nur Elektrogeräte beschädigen. Und Psiane würde mit seiner Siegkraft die Gegenstände durch die Wohnung werfen. Trotz werde ich gerne in Aquana. Es kann auch Stuben rein sein. Ja, das macht sich nicht nass. Äh, habe ich? Ich habe doch eine Karte, oder? Ich habe keine Karte. Ich habe scheinbar keine Karte. Scheinbar nicht. Was mache ich denn jetzt hier? Der Ort ist eine Sackgasse. Du hier. Pokémon Krankenhaus. Ja, ja, es gibt nichts Besseres. Gib mir doch irgendjemand das Wüstenteil. Irgendjemand. Du darfst ruhig die Pokémon im Garten besuchen. Aber lass dich bitte in Ruhe. Ah, schön. Gartos. Oh, cool. Evoli. Hier, ihr beiden. Oh, Moment. Darf ich hier angeln? Darf ich? Oder ich tue es einfach. Gibt es hier was? Das wäre echt cool. Scheinbar nicht. Wobei, wenn ich angeln kann, müsste es da theoretisch irgendjemandem was geben, oder nicht? Oh, da oben ist ein Stahlos. Äh, hier ist nichts. Hier ist nichts. Aber hier ist hohes Gras. Das ist Pikachu. Kommt hier im hohen Gras was? Das frage ich mich gerade. Das frage ich mich gerade. Da los. Pikachu. Hier kommt im Gras irgendwie nichts. Ich glaube, das ist so programmiert. Aber es muss einen Grund geben, damit es sich hier überall hingehen kann. Hm. Ist hier vielleicht irgendwo ein Item? Oh, Dixirin. Sandan. Da ist noch ein Diktar. Äh, lass mich durchgehen. Diktar. Sandan. Und das Miltern. Warum ich alle Pokémon anquatsche? Nö. Ich weiss es nicht. Ich erhoffe mir, dass es mir irgendwie eines ein Item gibt oder so. Ah, da ist ein Pokémon Center quasi. Aha. Ja, ja, ja. Ringen wir mal kurz mit ihr. Mit Schwester Joy, meine ich. Sag, alle geheilt. Was mit dir? Ich bin der Pensionsleiter. Aber du musst mit dir hier sprechen, was du willst. Nein, nicht aufziehen, bitte. Noch mal eine Schwester Joy. Ah, sehe ich in Ruhe um. Okay. Noch das kleine Schöne Pokémon gibt, die ich noch nicht kenne? Weiss ich nicht. Die ganzen Pokémon um die Ecke sind alle erstaunlich stark. Was heisst um die Ecke? Irgendwie gebe ich meine Pokémon auch hier ab. Es gibt oft positive Ereignisse. Ach ja, was denn? Ich bin Aquana. Gib es mir. Schwester Joy, gib mir Aquana. Warum sind hier genau dieselben Pokémon, die wir draußen gesehen haben? Und warum bekommt Stahlos ein gleich grosses Bett wie ein Evoli? Naja, grösstechnisch wurde hier ein bisschen geschummelt, aber das ist nicht so wild. Ganz viele Schwester Joy. Wundere dich nicht, dass hier viele Schwester Joy sind. Das ist ganz normal im Pokémon-Krankenhaus. Ich habe jetzt eine Mittagspause, die ich genießen werde. Ja, ja. Die Pension hat eine lange Geschichte. Viel zu erzählen dauert dauert zu lange. Dann zieh dich ruhig um. Oh mein Gott. Hast du rote Augen? Stahlos? Sieht es nur so aus. Oh, wie toll. Darf ich mir nicht ein Pokémon mitnehmen? Ich bin euch sehr dankbar. Wer bist denn du? Die Pension bietet mir endlich ein entspannendes Training für meine Pokémon. Die Pension inspiriert mich. Wer bist du? Durch die Pension ist mein Pokémon um zwei Löffel gestiegen. Ist das nicht toll? Nein. Falls ich die Pokémon mehr nie erwähne will. Das ist staunlich, wie verschiedene Pokémon hier sind. In der Tat. Viele coole Pokémon. Ja, du bist dafür zuständig. Ja, du überwachst das Ganze. Das ist in Ordnung. Aber hier werden mir so viele coole Pokémon gezeigt. Und ich darf keines mitnehmen. Ich möchte ehrlich gesagt auch keines abgeben. Was hier? Zieh dich um. Danke. Hier komme ich nicht durch. Warum nicht? Der Trainer hat uns gebeten, dass wir keinen zu ihm lassen sollen. Leute, das ist gut zu sein. Lasst ihn rein. Hä? Ich danke euch. Aber lasst ihn ruhig rein. Ich glaube kaum, dass er uns stören wird. Ihr könnt um mich gehen. Ich brauche eure Hilfe nicht mehr. Danke. Alles klar. Sag ruhig Bescheid. Wenn du unsere Hilfe brauchst. Das ist das Mindest, was wir tun können. Was ist denn los hier? Hallo. Mein Name ist Aaron. Tut mir leid, dass diese ungeinniere Situation. Aber meine Pokémon geht es sehr schlecht. Es kann komischerweise nicht geheilt werden. Wie andere Pokémon. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, war ein Kampf mit einem Pokémon der Finsternis. Es war so kalt und stark. Es hat ohne mit der Wimper zu zucken mein Pokémon erledigt. Ich möchte dir was zeigen. Oh Gott. Das ist mein geliebtes Pokémon. Es tut so, wie es leidet. Es war kein normaler Kampf. Es war ein ganz normaler Tag. Mein Aerodactyl und ich gingen den Rosenweg entlang. Wir waren mit dem gestrigen Training schon fertig. Und wollten nach Hause gehen. Doch dann... Ich sagte, Aerodactyl, bist du bereit? Es sollte das letzte sein, was ich ihm gesagt habe. Deoxys! Ich habe mich sehr gewundert. Es war Deoxys. Ich meine, Deoxys ist seit vielen Jahren im Weltall eingeschlossen gewesen. Wie konnte es auf die Erde zurückkehren? Ich konnte irgendwas nicht zusehen. Ich musste handeln. Und dies schien eine falsche Entscheidung zu sein. Es schien fast so, als hätte ich alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle, das ist komisch geschrieben und falsch. Doch ich habe Deoxys mehr als unterschätzt. Es hat uns angegriffen. Was dann geschah, verzeihe ich mir nie. Wenn euer Aerodactyl nicht wieder gesund wird. Was zur Hölle? Was macht es da? Und ich habe mich wie ein Feigling versteckt. Wie konnte ich das nur tun? Aber Deoxys schien mich schon vergessen zu haben. Dieses verdammte Deoxys. Es hat versucht, mich zu beschützen. Und ich habe mich wie ein Feigling versteckt. Wie konnte ich das nur tun? Jetzt hör auf! Es bringt dir überhaupt nichts, in Selbstmitleid zu versinken. Du hast das getan, was jeder normale Mensch auch getan hätte. Du hättest gegen Deoxys eh keine Chance gehabt. Es wäre zwecklos. Du hättest dich in Gefahr gebracht und dein Aerodactyl wäre möglicherweise gestorben. Hättest du dich mit ihm angelegt, wärst du und dein Pokémon ums Leben gekommen. Ist dir das bewusst? Also bitte, mach dich nicht selber fertig. Du hast richtig gehandelt. Da war gerade bei Hast und es zu viel. Es gibt da möglicherweise einen Weg, wie du dein Pokémon retten kannst. Na welchen? Der ist leider viel zu riskant und könnte dich dein Leben kosten. Wenn du einen Fehler machst. Sag Schwester Joy, ich tue alles. Wirklich alles. Schließlich bin ich es. Aerodactyl schuldig, bitte. Also gut. Östlich der Stadt befindet sich eine kleine Ruine. In dieser Ruine sind seltene Bären. Mit denen man Medizin für deine Pokémon herstellen kann. Jedoch ist die Ruine selber extrem kompliziert. Und wenn man sich einmal verlaufen hat, kommt man nie mehr raus. Das ist viel zu riskant. Aber der einzige Weg. Ich werde es tun. Wie du willst. Aber pass gut auf dich auf, ja? Das mache ich. Würdest du mir vielleicht helfen? Ohne deine Hilfe schaffe ich das nicht. Natürlich helfe ich dir. Ah, vielen, vielen Dank. Aron begleite dich auf deiner Reise. Ja gut. Östlich von hier, ne? Leider kann ich nichts für das arme Pokémon machen. Okay, aber... Die Story geht weiter. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. Östlich von hier. Kamen wir nicht von Richtung Osten? Doch, da kamen wir her. Wollt ihr mich verarschen? Östlich von hier. Meinen die hier? Ne, da ist nichts. War ich hier schon drin? Ja, hier war ich glaube ich schon drin. Er wollte mir Lehmschäle beibringen. Östlich von hier. Aha, vielleicht hier. Ahoi, ich bin gestrandet. Störe mich nicht. Ah, doch, hier bin ich richtig. Johnny, überlasse das mir. Verzeihung? Ja, was kann ich für euch tun? Wir haben erfahren, dass ich hier in der Nähe eine Ruine befinden soll. Ja, und? Was habe ich damit zu tun? Äh, ja, wir wollten sie auch nur fragen, ob sie uns vielleicht auf die andere Seite fahren können. Sie besitzt ein Boot und leider haben wir kein Pokémon dabei, das Server beherrscht. Und was bringt für mich dabei raus? Ähm. Wenn sie uns helfen, dann werden wir ihnen helfen, diesen Ort zu verlassen. Ist das ein Angebot? Ich bin einverstanden. Wenn ihr mir helft, diesen Ort so schnell wie möglich zu verlassen. Ich muss euch warnen. Warnen wir vor? Während der Fahrt könnten wir von wilden Pokémon angriffen werden. Ich möchte sicher gehen, dass ihr sie bekämpfen werdet. Ähm, nun ja. Leider habe ich kein Pokémon bei mir. Ich hatte eins, aber es ist schwer verletzt. Wir müssen in die Ruine, um ein Pokémon zu retten. Wenn wir nicht die seltene Beere für die Medizin bekommen, dann... Alter, 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 Alter. Wovon redest du, oder? Krankes Pokémon, Ruine, seltene Beere. Worum geht es hier eigentlich? Hm, mein Pokémon hat einen Kampf gegen ein finsteres Pokémon verloren. Nun müssen wir in die Ruine, da sich im Inneren eine seltene Beere befindet, mit der man eine Medizin herstellen kann, die einem Pokémon vielleicht das Leben retten könnte. Ach, so ist das. Hättet ihr das gleich gesagt, sicher fahre ich euch zur Ruine, wenn ihr mir versprecht, die wilden Pokémon abzuhalten. Du hast es gehört. Würdest du die wilden Pokémon fair halten? Ja, mach ich. Ich danke dir. Lass uns aufbrechen. Wir wären dann soweit. Du hast unsere Garantie, dass wir dir helfen. Alles klar. Lass uns gehen. Wilde Pokémon werden uns angreifen. Hier, fantastisch. Das mit dem Wasserfall ist echt blöd. Ich habe eine Idee. Festhalten. Kaskadenschiff. Ja, ne, ist klar. Super. Ja, wir haben es geschafft. Ach, was ist das? Doch nicht etwa. Okay, ein wildes Pokémon. Oh, Wasser-Pokémon. Oh, Wasser-Pokémon. Jetzt kann ich wieder Pokémon kämpfen. Fangen, meine ich. Fangen, meine ich. Allerdings. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Wasser-Pokémon, das ich mir fangen möchte. Aber gut zu wissen. Cani-Wanna-Canipi holen. Das ist sehr schön. Ja, die Energiefokus. Lass das. Ich frage... Doch, ich glaube, diese Pokémon hier sind gescriptet, oder? Ich denke, ja. Das hat bestimmt meine einzige Chance, einen Cani-Wanna zu fangen. Naja, damit muss ich dann leben. Oh, weiter geht's. Ja, die müssen gescriptet sein. Aber sehr cool gemacht. Was kommt jetzt? Noch ein Cani-Wanna. Nein. Okay, aber auch das müsste ich jetzt nicht unbedingt entfangen. Ja, ich hab... Kasserei. Ich hab die ganze Zeit genervt. Ich will ein Wasser-Pokémon haben. Jetzt kommt ein Wasser-Pokémon und das mache ich. Nein, nein, das will ich nicht haben. Ich bin schon ein Stück Scheiße. Ist doch wahr. Ja, ja, wir besiegen es trotzdem jetzt. Energiefokus, perfekt. Schade mir nämlich überhaupt nicht. So, und Cani-Wanna ist besiegt. Sehr gut gemacht, Lavita. Okay. Und weiter geht's. Was ist denn das? Ja, kurz vor... Uh, ein Garados. Das könnte jetzt ein Problem werden. Das könnte jetzt ein Problem werden. Hm, shit, 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 shit. Hm, bedrohe auch noch. Okay, das ist jetzt gar nicht gut. Okay, Steinhagel. Das ist Level 20. Okay, es sollte gehen. Ich könnte sogar versuchen, es zu fangen, theoretisch. Wobei, ich will auch nicht unbedingt einen Garados haben. Bruchtler, nein! Das könnte ein Problem sein. Irgendwann ist es verwirrt und dann könnte ich es mir nicht mehr fangen. Ich könnte mal versuchen, einen Pokéball zu werfen. Oder was meint ihr? Nein, ich könnte es versuchen. Ich könnte es halt echt versuchen. Wo sind meine Pokéballe da? Ich meine, ich habe ja genug gekauft. Na? Na also. Problem gelöst. Problem gelöst. Garados ist ein extrem gewalttätiges und brutales Pokémon. Wenn Menschen kämpfen, taucht es auf und brennt alles mit seinem... mit seinen heißen Flammen nieder. Was für Flammen. So. Ab auf die Box. Puh, wir haben es geschafft. Und da wären wir. Wir haben es geschafft. Da wären wir. Der Eingang sollte zur Rede führen. Hoffe ich zumindest. Wenn ihr wieder zurück wollt, dann sagt mir Bescheid. Gut, lass uns gehen. Okay. Ich möchte hier noch kurz sehen, was es hier für Pokémon gibt. Ein Coolkeller. Seit Jahrhunderten ist dieser Ort nicht betreten worden. Nicht betreten worden. Aha. Wer weiss das denn so genau? Noch ein Schanera. Haben wir. Möchte mir noch zwei Pokémon ansehen? Gibt es hier nur Schanera? Äh, ich sollte schon hier drinnen rumlaufen. Gibt es echt nur Schaneras, oder? Winkal. Okay, das wäre auch interessant. Ja. Ja. Kommt noch eines. Ein Pummelhof. Okay. Okay. Reicht. Ähm. Gut. Gut. Ich würde sagen, wir nehmen Traumfugil nach vorne. Heilen dann noch kurz Lavitar. Und dann würde ich mal sagen, reicht es dann auch bereits wieder für heute. Ähm. Ja, komm, das reicht. Gut, Leute. Das war's für heute mit Pokémon Sovereign of the Sky. Im nächsten Part werden wir in diesen Ancoolkeller gehen und eine seltene Beere für das verletzte Aerodactyl finden. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.